Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist zwar nicht mehr Morgen, aber egal, es ist Sonntag. Ich habe bis 10.30 Uhr irgendwie gepennt, lag über eine Stunde in der Badewanne, habe irgendwie Streams geschaut auf YouNow und auf Twitch. Jetzt haben wir es 12.09 Uhr. Ich bin bereit für einen schönen, faulen Sonntag. Habe eben schon ein bisschen Kartoffeln geschält und Gemüse in den Topf getan. Jetzt werde ich mal kurz runter zum Späti gehen und gucken, ob die Paniermehl haben. Ich befürchte nicht, aber versuchen kann man es ja. Und dann werde ich ein bisschen was zu essen machen und dann wird gespielt. DSA gestern war gut. Wir haben bis 21 Uhr gespielt, von 14 Uhr an erst. Andi und Katta waren ein bisschen später dran. Und jetzt, wie gesagt, wird auch gleich wieder gespielt, aber Videospiel. Wie ihr seht, habe ich mich frisch rasiert, deswegen gucke ich auch immer auf meine Oberlippe, ob da noch irgendwie Blutspuren zu sehen, aber ich glaube nicht. Es ist heute übrigens der 23.04.2017, hatte ich das schon gesagt, um 12.09 Uhr, ich weiß es nicht, wahrscheinlich schon. Ja, wie gesagt, so in einer Stunde etwa, so gegen 13 Uhr lege ich los mit Spielen, mal gucken, was wir spielen. Ich glaube, ich muss mal wieder ein bisschen Elite spielen oder vielleicht auch ein bisschen Mass Effect. Ich weiß es noch nicht. Mein Urlaub ist vorbei, ich habe so wenig Zeit zum Zocken jetzt, von daher muss ich mir das genau einteilen oder ausdenken, was ich dann am Zocken bin. Gestern habe ich noch eine Nachricht von Steven bekommen, ist es wohl am nächsten Samstag, am 28.04. ein, äh, ist der 28. oder? Oder ist es der 27.? Warte mal, heute ist der 23. plus 37, 29.04. dann wahrscheinlich, oder doch Freitag, ich weiß es nicht. Äh, ist ein Event bei Elite Dangerous, wo man irgendwie dran teilnehmen kann, im Open Play aber, also ich habe keinen Bock auf Neetag zu treffen, aber eigentlich dürfte ich den nicht mehr treffen, keine Ahnung. Äh, jedenfalls, äh, schreibt da irgendwie ein Autor einen Roman, hat schon einen geschrieben, es ist der nächste Roman dran und man kann wohl auf das Ende dieser Geschichte Einfluss nehmen. Äh, so wie ich das verstanden habe, geht es nur darum, irgendwie vier Leute abzuschießen, die bis an die Zähne bewaffnet sind. Äh, ja, muss ich mich nochmal heute in Ruhe, äh, mit Steven austauschen, was da genau, äh, eigentlich geplant ist. Ja, so, jetzt nochmal kurz die Familie zeigen. Mobs, Grumpy und Scherben. Äh, und dann, wie gesagt, mache ich mich jetzt erstmal in den Herd und dann nochmal runter zum Späti und irgendwann so gegen 13 Uhr. Sollte ich eigentlich am Stream sein, bin ich dann vielleicht 14 Uhr. Mal gucken, je nachdem, wie lange ich jetzt brauche für die Essensvorbereitung. Äh, ja, also dann sage ich einfach mal, bis gleich, bis später, bis morgen früh, wie auch immer, habt einen schönen Sonntag und bis demnächst. Tschüss!